Ja, eine der großen Neuerungen beim neuen iPad ist ja beim iPad Pro und beim iPad Air, dass sie keine SIM-Karten-Slots mehr haben. Ja, man kann nicht einfach das goldene Kärtchen aus dem alten iPad rausnehmen und ins neue iPad reinmachen. Die neuen iPads haben nur noch eSIM. Längerfristig ist das alles großartig. Die Umstellung ist wie immer bei einer Umstellung ein bisschen mühsam, je nachdem. Beim Kollegen Jean-Claude Frick hat es problemlos funktioniert. Ich habe ein bisschen einen komplizierten Business-Vertrag, darum war alles ein bisschen komplizierter. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Hier im alten iPad habe ich noch eine SIM-Karte drin mit meinem Vertrag drauf. Hier im neuen habe ich nur eSIM. Und ich zeige euch, wie man die übernimmt. Also, man geht in Einstellungen. Hier wählt man mobile Daten. Und seht ihr, da gibt es schon die Option. iPad-Tarif übertragen. Genau das machen wir jetzt. Und fängt es an zu suchen. Und dann schlägt es vor, welchen Tarif man übertragen möchte. Wir wählen jetzt weitere Optionen. Und sehen hier, von iPad in der Nähe übertragen. Entsperren wir schnell das da unten. Nicht, dass ihr das Codewort seht. Oh, die SIM muss ich noch aktivieren. Hat nämlich gerade ein Update gemacht. Wo wir es von SIM-Karten noch hatten. Von iPad in der Nähe übertragen wählen wir. Und schon kommt da, Mobilfunk übertragen. Fortfahren. Bestätigungscode. Jetzt müssen wir da unten die Zahl von da eintippen. Dass auch ja die richtige SIM-Karte übertragen wird. Was haben wir? 6, 9, 8, 4, 2, 7. Auf dem anderen iPad fortfahren. E-SIM konfigurieren. 6. Generation. Ja. Jetzt können wir hier übertragen. Jetzt wird die physische SIM von hier unten zu einer e-SIM. Und auf dieses übertragen. Auf anderem iPad wieder bestätigen. Dann noch OK drücken. Dann hier wieder auf dieses iPad. Hier heisst es Übertragung bestätigen. Also zweimal drücken. Übertragung bestätigt. Auf anderem iPad vorfahren. Jetzt heisst es hier aktivieren. Jetzt muss man nur noch ein bisschen Geduld haben. Mal schauen, wie lange es dauert. Können wir hier ein bisschen das Nanoglas bestauchen. Was einfach keine Reflektion hat. An den Rändern sieht man, dass es schon reflektieren würde. Aber jetzt habe ich da ein bisschen Licht eingefangen. Mal schauen, wie lange es noch dauert. Sonst machen wir hier dann Zeitraffer. Ah. Wir haben es geschafft. Fortfahren. Mobilität werden aktiviert. Es ging jetzt schneller, hätten wir uns den Zeitraffer gleich sparen können. Und voilà. Alles einsatzbereit und sieht gut aus. Wir können es noch testen. Schalten wir hier schnell das WLAN aus. Jetzt machen wir einen Trennen. Und schon haben wir hier. Nicht besonders gute, aber 5G-Verbindung. Ja. So funktioniert es, wenn man eine physische SIM in eine eSIM verwandeln möchte. Vom alten iPad aufs neue. Ohne, dass man da irgendwie zum Telekom-Anbieter muss oder sonst irgendwie ein Finger rühren. Und es funktioniert einfach ganz, ganz großartig gelöst. Ich bin dann gespannt, wie es im September wird, dass es mit den iPhones dann losgeht. Ja. Mal schauen. Aber hier funktioniert es relativ gut, muss man jetzt mal sagen. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber wir wissen ja, wir hätten viel, viel länger gewartet, wenn wir eine Telekom-Hotline angerufen hätten. Also. So. Funktioniert es, so wird es gemacht. Falls ihr noch Fragen dazu habt oder falls ihr eigene Beobachtungen habt oder falls es bei euch nicht funktioniert. Unbedingt unten rein kommentieren. Und ich bin da immer sehr gespannt und vielleicht lernen wir ja alle was dabei. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben, falls ihr findet, wer braucht schon ein iPad mit Cellular? Daumen nach unten. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, was die Vorteile sind und warum ich nicht mit Hotspots kann. Aber das Fass machen wir heute nicht mehr auf. Falls das Video gefallen hat und ihr weitere Videos mit Cellular-iPad sehen wollt, unbedingt Abo abschließen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.